hallo und willkommen zurück zu einer folge gartig von ihr fragt wahrscheinlich was ist das naja gartig von ist so eine art stille post und ein begriff wird aufgestellt und man zeichnet was dazu die annahme ist zu diesem gezeichnet wieder den begriff schreiben und so weiter seht ihr hier in der mn wird aufgelöst wer was gemacht hat und da kommt so komische sachen raus ja auf jeden fall ist diese folge wird auf jeden fall lustig ihr werdet ihr wahrscheinlich auch merken ja ich wünsche euch jetzt viel spaß mit dem video da muss die zeit noch langsamer machen schneller machen doch doch ewig beginne geschwächtig ja ich kann wunderbar zeichnen ach lol da wieso also ich hab so was dummes beschriebene also nicht beschrieben sondern gemacht okay es wird so knapp werden was ist das was ist das wieso gibt es so was Geo, du hast mein Bild verkackt. Was hab ich? Oh man. Einfach nur ein Semikolon angegeben. Bei so einem geilen Bild. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich muss mich beeilen. Wie soll ich das jetzt zeichnen? Sei das nicht. Ihr weiß irgendwie, wie das so zeichnen soll. Also ich bin echt... Wenn die Kunstlehrer das sehen würden. Ist so. Ich hab ja jetzt noch eine Eins. Nachdem sie das seht. Sie hat, hab ich eine Null. Oh. Sie? Das sehe ich schon mal. Von den Scheinen. Jerry, mach dir die Zeit vielleicht gleich eine auf die Mitte. Nein. Warum hab ich das geschrieben? Ja, super. Verdammt. Wow. Das ist einfach. Bei wem die Augen sind. Alter, ich kann das nicht zeichnen. Ich weiß nicht mal, was das ist. Okay, schon, aber... Googles. Wieso krieg ich hier grad Werbung von Astra? Ist schnell und günstig. Warum ist jetzt auf einmal gefühlt zu viel Zeit? Ja, ne? Ja. Ja, wenn man fertig ist, wenn man schnell fährt. Keine Ahnung, hat wer das sein soll. Ja, du Schöner. Ja. Was? Okay, das erkenne ich. Das ist Green, aber... Aber was ist das? Alter. Ich hab nie einen Punkt gesetzt. Typ kann sich... Was? Jippieee. Nein. Nein, das sieht aus wie so ein Auge. Oh man, was ist das? Alter. Ist das Geld oder was soll das sein? Okay, ich schreib das jetzt einfach. Oh, noch einmal Zeit. Noch einmal. Hä, was? 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 Was ist das denn? Oh je. Okay. Selbstbestimmt. Aber Jerry, mach bitte gleich hier vorlesen, anders wird lustiger. Ja. Oh, ich bin gerade noch so fertig geworden. Keine Ahnung, also... So, jetzt nochmal beschreiben und dann haben wir es. Der Sohn meint, die ich nicht kenne. Deswegen ist das für mich einfach der Junge. Der Junge, ich hab einfach immer einen Dude. Oh je, es geht los. So, okay. Okay, was hatte er? Was hatte er? Oh, ich bin ganz unten. Tutter Jerry. Warum schreibst du immer das Gleiche? Ich schrei... Warte mal, ist das nicht so... Warum lasst du das so lange aus? Ja, weil er ja auch weiter drücken muss. Mütter. Was ist das? Äh... Die Leute. Die Augen. Jerry, die sind auf jeden Seite... Ponykuchen. Weißt du, was ich gemalt habe? Alter. Da sind aber so ein Gesicht... Wo ist der Schneeball? Hier, wo ist der weißer Kreis bleiben? Hier, wo ist der weißer Kreis bleiben? Ja, wo ist der weißer Kreis bleiben? Green hat Marie. Ich hab was gewählt, war unge, war unge, war unge, war unge. Und dann hab ich gemerkt, dass ich die Name. Mann, unge Augen, mein Blut. Das Einwort... Ach sooo! Was ist das? Was findet er? Alter. Alter! Alter! Flamenig! Schmerzen! Oh Mann! 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 Pute Giraffe! Hä? Hä? Wo ist denn er? Ein roter Mann sitzt am Tisch, vor allen Dingen Sitz. Oh man. Roter Typ. Roter Typ. So, da bestätigt schon mal der Stuhl und der Typ. Das ist eine Baulig-Kugel. Das ist eine Baulig-Kugel. Das ist eine Baulig-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel. Ein Kaubelspüchel ist wohl. Ein Doktor. Achso. Ja, da ist jetzt die Scheiße von mir. Ich wusste nicht, was ein Doktor ist. Sie ist ein Doktor. Achso, da kommt der Doktor. Ja, Leute. Ich glaube, das wäre es auch erstmal für eine kleine Folge. Gar dick von... Ihr merkt, man kann da übelst viel Spaß haben. Was? Okay. Ach ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht mache ich nochmal so eine Folge. Macht's gut. Und ciao. Halbett Gamer. Ich hoffe, es hat euch gefallen.